Folge 4 In 5 Minuten zum passenden Podcast-Titel Stell dir vor, du durchstüberst deine Podcast-App auf der Suche nach neuen interessanten Kanälen. Bei welchen Titeln und Covern bleibt dein Blick hängen? Was spricht dich an, sodass du draufklickst? Der Podcast-Titel zählt also zusammen mit dem Cover zum ersten Eindruck, den jemand von deinem Podcast erhalten kann. Bevor du dich aber jetzt mit Zettel und Stift ausstattest und auf Namenssuche gehst, noch ein Tipp. Du kannst den Prozess der Namensfindung bereits als Promotion nutzen, um schon vor der Veröffentlichung der ersten Episode Aufmerksamkeit auf deinen Podcast zu lenken. Wenn du magst, kannst du nämlich deine Community auffordern, Vorschläge zu äußern oder auf deine Überlegungen zu reagieren. Dabei reicht es, eine Auswahl von drei oder vier Varianten vorzustellen. Also zum Beispiel in einem Post zu fragen, welchen Podcast-Titel findet ihr am besten? Option A, B, C oder D? Der Podcast-Titel sollte diese folgende grundlegende Voraussetzungen erfüllen. Nämlich seine Einzigartigkeit. Ein kurzes Googlen sollte reichen, um das rauszufinden. Dabei ist es nicht fatal, wenn es den Namen schon gibt, sofern er nicht in einem Podcast oder naheliegendem Medium mit ähnlichem Thema verwendet wird. Das würde deine Zielgruppe vermutlich verwirren. Und solange der Name nicht als Wortmarke beim Deutschen Marken- und Patentamt geschützt ist. Dann gibt es noch weitere Überlegungen, auf die ich dich gern aufmerksam machen würde. Zum Beispiel die Auffindbarkeit des Titels in Suchmaschinen, ob Google oder Suchzeile einer Podcast-App. Also SEO, das heißt Search Engine Optimization. Mit welchen Suchbegriffen dein Podcast zu finden sein soll, ist natürlich mit dem Inhalt des Kanals verflochten. Suche ich beispielsweise nach Angel-Podcasts, bekomme ich genau das angezeigt. Je spezialisierter dein Thema ist, desto weniger konkurrierende Suchergebnisse wirst du im Bereich Podcasts vermutlich haben. Im Idealfall entscheidest du dich also für einen Titel, der das Kernthema des Podcasts in sich trägt. Wenn es in diesem Bereich aber bereits sehr viele Podcasts gibt, lass dir dazu vielleicht noch ein Element einfallen, mit dem sich dein Podcast vom Rest abhebt. Wie sieht es aus mit kreativen Zusammenstellungen und Fantasienamen? Die heben sich natürlich gut ab von abgegriffenen Wortspielen und Namen. Auf der anderen Seite geben sie mitunter wenig vom Inhalt des Podcasts preis. Dagegen kannst du aber etwas tun, indem du einen Subtitel mit Bindestrich anhängst. Also zum Beispiel Kuhbahn Linie 3, Bindestrich als Landwirt in der Metropole. Der erste Teil macht durch seine Ungewöhnlichkeit aufmerksam, der zweite Teil erklärt, worum es geht. Ja, okay, das hat jetzt zwar verdeutlicht, was ich meine, ist aber nicht unbedingt der pfiffigste Titel. Ich habe gehört, dass es die Kreativität anregen soll, wenn man mit Zettel und Stift arbeitet und nicht digital. Und es muss auch nicht immer ein Wortspiel oder ein geschachteltes Wort sein. Eine super Möglichkeit, sich dem richtigen Titel anzunähern, ist über die gute alte Mindmap. Du kannst um dein Kernthema herum alle möglichen Assoziationen sammeln. Dann könntest du schauen, ob es zwischen den meisten gesammelten Punkten ein verbindendes Element gibt oder einen Aspekt, den mehrere Assoziationen miteinander teilen. Vielleicht kommen sogar mehrere Titel dabei heraus, die dich begeistern. Diese Kandidaten könntest du dann in einer Umfrage auf Social Media gegeneinander antreten lassen. Und hier noch ein paar Dinge für Podcast-Namen, die es zu erwägen gilt. Dafür nehmen wir mal als Beispiel den Titel Salz, Senf und Saftig, der Einmach-Podcast mit Mats Mustersohn. Zuerst zum Namen. Ist Mats Mustersohn ein berühmter Konnoisseur in der Einkoch-Szene, dann macht es Sinn, mit seinem Namen zu werben. Auch dann sollte er eigentlich für etwas ganz anderes berühmt sein. Sagen wir mal, er ist ein international renommierter Harmonika-Spieler. Wer würde nicht wissen wollen, was der Blues-Meister nicht alles einlegt, so ganz privat. Ist es jedoch ein unbekannter Hobbyist, nützt den meisten Leuten die Erwähnung seines Namens wenig. Aber es zahlt auf jeden Fall auf seine Person als Marke ein, wenn das überhaupt seine Absicht ist. Vielleicht will er sich mit dem Podcast in der Einkocherei selbstständig machen. Dann betrachten wir den Teil Salz, Senf. Süßes Eingelegtes hätte hier also keinen Platz, genauso wie andere ehrbare Methoden der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Im Idealfall sollte der Titel also so gewählt sein, dass er dein Thema nicht zu sehr einschränkt. Wenn du den Podcast über zig Episoden hinweg spannend halten willst, brauchst du etwas, das einen gewissen Spielraum lässt. Was du jedenfalls nicht brauchst, ist das Wort Podcast im Titel deines Podcasts. Denn Leute, die in einer Podcast-App zu einem bestimmten Thema suchen, werden ja wissen, dass sie Podcasts finden werden. Bei Büchern steht ja auch nicht Buch im Titel, wenn dann Ratgeber, Geschichte, Erzählung und so weiter. Übertrage dies also auch auf deinen Podcast-Kanal. Du möchtest deinen eigenen Podcast starten? Kein Problem mit dem Podcast-Hosting-Dienst podcaster.de. Mit dem folgenden Gutscheincode kannst du das 60 Tage lang kostenlos testen und deinen Podcast veröffentlichen. Der Code lautet in minus 5 minus Minuten minus zu minus Podcast. Gib ihn nach der Registrierung unter Guthabenkonto ein. Du interessierst dich für Podcast-Produktion und die Podcast-Szene? Dann abonniere diesen Podcast sowie auch den Kanal NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Teile diese Episode mit deinen Bekannten, die auch Podcasts machen und besuche uns auf podcaster.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter.